Es gibt Zeitkristalle? Unnützes Wissen! Ein bemerkenswerter Fakt aus dem Bereich der Physik ist die Existenz von Zeitkristallen. Diese neuartige Form der Materie verändert ihre Struktur im Laufe der Zeit, ohne dabei Energie zu verbrauchen. Ein Verhalten, das den herkömmlichen Gesetzen der Thermodynamik zu widersprechen scheint. Zeitkristalle brechen die zeitliche Symmetrie und wurden erst kürzlich theoretisch vorhergesagt und experimentell bestätigt. Sie eröffnen neue Möglichkeiten in der Welt der Quantencomputing und Materialwissenschaften.